Soll ich helfen? Ja Echt? Komm runter, ich hab' zwei Schneebälle gefunden Boah, Junge, Alter, das war knapp Wofür sind Schneebälle gut? Damit kannst du ihr Gegner woanders hinlocken Ich hab'n Apfel Also Zombies Ich hab'n Apfel Boah, Junge, Alter, zwei Zombies, soll ich rein gerannt Alter, ich hab' ne Bandage Jawoll, kannst du mich heilen? Natürlich Wieso geht die weg, wenn ich Rechtsklick mitmach? Nicht Rechtsklick, du solltest Linksklick damit machen Ohhhh Fuck, ich hasse mein Leben Nein Was soll das denn? Ohhhh Ich bin schon nicht Wegner, sorry Das ist jetzt ausnahmsweise nicht die Schuld vom Spiel Ja, aber Wieso soll ich das denn wissen, dass man nicht Rechtsklick kommt? Weil du das die ganze Zeit gemacht hast Ok, ich hab'n Eisenschwert Oh, gut Nimm das Fuck, wieso hab' ich das jetzt schon... Nein, schon wieder die Bandage verkackt Das kann noch nicht wahr sein Ja, da merkt man, dass ich noch nicht der Polo in diesem Spiel bin Nicht der Psycho-Pro Scheiße-Pro Und hab' ne Kisse gefunden Mit'n Steinschwert Fast ganz, also zur Elfte Man brauch' ich nicht... Was hier alles drin war Ja, die hier sind einfach ein Eisenschwert oder was? Ja, wir sind jetzt schon in der gewogenen Ok, hier, hier Dann lass' mal hier in das Haus reingehen Hier waren wir doch gerade... Hier in dem Hier ist ne Kiste Mann, nee, der Helm Komm noch weg Da hinten war noch ein... 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 Bist du grad mit mir im Haus drin? Ja, hier ist ein Treppen Alter, wie kommt man denn hier nach oben? Ja, am Anfang ist ne Treppe Ja, am Anfang ist ne Treppe Hier ist noch ne Treppe Ich hab' grad irgendwas bekommen Ich schmeiß dir mal ein bisschen was raus Ich geb' dir gleich mal... Ich geb' dir gleich mal ein paar Pfeile Ich geb' dir gleich mal ein paar Pfeile Ich hab' schon wieder ein paar Pfeile gekriegt Ich hab' jetzt 15 und 10 Ja, ich hab' 15 und 15 und 11 Ja, das sind viel mehr eigentlich Du brauchst mir nicht unbedingt was abgeben Ich sollte den Bogen mal benutzen Oh, Eisenschwer versaubert Zweit 1 und Eisenboots Dann krieg' ich die Eisenboots Nein Soll ich die Eisenboots nehmen? Ja, nehm' Okay, dann gib' dir mal... Gib mir deine Meine Chainboots? Ja Es sind fast... Es sind fast ganz... Alter Ja... Ja... Das war's ja für ne Auszwinge zu haben Mit Eisenschwerden einfach Ja, aber das solltest du nicht zu machen Also ich meins ist jetzt leider verzaubert Mhm Was natürlich voll gut ist Aber das kann ich jetzt nicht Auf die Dauer benutzen Mein Schwer... Mein... Doch, natürlich Du kannst es trotzdem kombinieren Aber dann ist der Effekt weg Ist nicht schlimm Dann hast du halt den Effekt nicht über Smite-Problem Anscheinend, oder? Ich hab' ein 1 Was? Was? Leiser machen oder weitergehen? Das fack mich richtig ab So Kommst du? Also wir gehen in das Haus Nein, jetzt hab' ich das Zeug eingesammelt Was ich grad' eben rausgeworfen hab Ich bin zu dumm Ich hör' einen Zombie Ja, ich seh' einen Zombie Ja, für Zombies benutze ich immer mein Holzschwert Ich benutze das immer mein Steinschwert Ja, Weizen Noch einen Und dann haben wir es Komm mal hoch Du hast was fein gelassen Rose Red Ah, extra extra Rose Red Das brauchen wir jetzt Ich hab' drei Steck davon Ich hab' drei Steck davon Und die gehen nicht verloren Die gehen nicht verloren Ja, wenn ich das bei dir mache Dann gehen die nicht verloren Kriegst du dann mehr Herzen eigentlich? Ja Das ist gut Ich glaub' schon Ich glaub' die Bäume kommt man gar nicht auf Die sind nur zu dick oder Weiß ich aber nicht mehr Wir gehen jetzt das nächste aus Wir müssen uns nicht in jedem Haus 3 Stunden aufhalten Weil ich... Weil ich... Weil ich fühl mich jetzt hier auch nicht so übertrieben sicher Auffassender sind Zombies Ich ess' mal einen Apfel Okay Deck mich Okay, okay Pass auf Wieso gehst du jetzt einfach weiter? Achso, ich dachte du bist hinter mir ja Bist du doch Okay Okay Eine Steinaxt Mhm Die kannst du mir geben Wenn du schon eine hast Die ist wie... Die genauso wie ein Holzschwert Ich hab' nur zwei Steinaxte Ja, kannst du mir... Ich kombiniere die jetzt Jetzt hast du fast eine ganze Steinaxt Hier Warte, nein, nein Ich geb' sie dir dann unten Ja, ich bin schon unten Hier ist ne Kiste Bitte essen Einen Bogen und ein Knopf Knopf ist unnormal wichtig Mühne Bogen aber auch mit Steinschwert wieder Knopf, Alter Dann können wir in, ähm In Gebäude, die sonst verborgen wären Wo wir nicht rein könnten Also die sind extrem selten Na, selten will ich nicht sagen Man kriegt die überall Man kriegt die auch Mein Glück hat Fakt nicht viel Weine rausgefahren In Anfangsätzen Wir müssen irgendwie noch rüber Da drüben ist auch noch Achso, hier Oh, okay, wir müssen hier weg Warum? Hier kommen gleich welche Lass mal jetzt schnell weitergehen Wo geht's hier runter? Wo geht's hier runter? Wir müssen sogar rennen Wieso müssen wir rennen? Die Spieler mögen uns von Anhieb nicht Wo siehst du die denn? Ne, ich sehe keine Spieler, aber da hat doch heute mal was in Chat geschrieben Habe ich gar nicht gesehen Ja, das war so die Nachricht Nein, das ist ey, das sieht man überall Im kompletten ey Sieht man das Also wenn man mit der Enderperle hat und dann den Chat öffnet Dann sieht man das überall Wenn weiße Schrift ist, dann sollten wir uns Sorgen machen Oh, du hast mich erschreckt Ja, dachte ich ja auch Oh, ich muss wieder was trinken Fuck, ich hätte mein Wasser nachfüllen sollen Boah, hier sind extrem viele zum Bestes gerade Ich habe keine Wasserstelle, ich habe nur noch 4 Wasser Aha, gleich gibt es eins, gleich gibt es eins Gibt es eine Ja, ja Ne, das ist auch Ne, gibt nicht Vielleicht brauchen wir hier Fingerelei Nein So, hier, hier geht es rein, hier geht es rein Boah Ich gehe, ich gehe nach unten Ich höre ein Zombie Ich auch Ich höre was drin Ja, aber das ist hier ein Ofen Oder so Hier wäre es auch reingegangen, oder? Okay, ich gehe mal hoch Du hast voll fies von denen gemacht Wenn du irgendwie so 10 Schläge hintereinander machst Dann wirst du automatisch nach vorne Okay, ich habe noch einen Chainhelm Jetzt kann ich meinen Chainhelm reparieren Ich finde es richtig gut Hier, den Kamin gehst du Fuck, jetzt bin ich zu weit runtergefroren Noch ein Eisenschwerf Geil, lass mich das kombinieren, meinst du ist nämlich fast kaputt Okay, gut Wir treffen uns draußen vor dem Haus Und 10 Pfeile, die kann ich aber nicht mehr aufnehmen Dann schmeißt irgendwas anderes aus Äh, Zucker Mhm Ich mache, ich habe, oh geil Ich muss ja noch ein Thumbnail machen Boah, woah, woah Okay, gut, ich gehe runter So, ja, okay Wo bist du hier? Ich komme jetzt raus Es wird dunkel Meine Mitte ist Schneebälle Aber zum Glück macht dunkel ja nichts aus Weil tagsüber auch Sonnens kommt Also Auf dunkel Ist egal Okay, jetzt regnet es Das ist schon scheiße Hier, komm Hier ist Dein Eisenschwerf Weißt ihr, du hast das nächste im Auge Das nächste Ziel Also deine Axt Naja, wir gehen jetzt erstmal hier Ich glaube, da ist eine Kirche da Wo ist meine Axt? Habe ich hinter dir geworfen Okay Oh, eigentlich Weißt du, dann habe ich jetzt ein sicheres Eisenschwert Das ist schon zur Hälfte ganz Hier, komm, wir gehen hier rein Ich kann übertrieben mit Hammer an hier Jetzt Ähm Warte, ich guck mal grad Da kommst du gar nicht ganz hoch Ja, ich weiß aber Ich komm bis hier in die Hecke Fuck 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 Alter, meine Maus ist grad schicken Ich dachte schon, ich Weil hier wäre die perfekte Stelle gewesen Um Zombies abzuknallen Oha Oha Fuck, es sind gleich zwei Zombies Ich seh nichts mehr Okay, komm Oh, du bist es Ich dachte grad, wer ist das? Das ist grad echt dunkel Hier Ne Eisenschaufel Damit können wir Gräber Ach, ich mein Spinnennetze wegmachen Eisenschaufel Die macht aber auch ordentlich Damage, glaube ich Nein Und hier ist ne Schlucht Fuck Ist Optifine eigentlich als Mod erlaubt? Ja Also Auf jeden Fall Können wir ja zoomen Ohne rausgeschmissen zu werden Ne, zoomen Ich sag ihnen, wie ich ja schon gesagt hab Das können die gar nicht kontrollieren, ob du zoomst Sollen wir da runter? Ich weiß nicht, ist sehr riskant Ich würd eher jetzt weiterlaufen zu dieser Ähm Vielleicht gibt's hier grad gleich ne Brücke rüber Auf jeden Fall gibt's hier Kisten, bitte Also ich guck mal Hier kann man wieder hoch Ne Nicht ganz Soll ich mal gucken, ob da Kisten Ich weiß, wo wir runtergehen können Aber das ist auch sehr gewagt Ich würds nicht riskieren, jetzt ey ich Ich würds nicht sterben oder so Ja, es gibt hier viele Falle Wie heißt diese Stadt Forest? Wie nochmal? Forest Forest Ähm M M M Forest Forest Lass mal jetzt einfach weitergehen Bevor noch irgendwas passiert Wir haben jetzt grad Steinschwerterausrüstung Die nächste Stadt liegt bei Ähm Minus 1320 und Minus 1555 Ich schreib's in den Chat So Läuft's schon dahin? Ja Also ne Ah da Ok warte dann lass mich los Wir waren vielleicht gar nicht überall Aber ist auch egal Ganz ehrlich Boah diese Sounds nerven mich Ich mach dir jetzt ein bisschen Leit machen Ok ich weiß wo wir lang müssen Wir müssen jetzt nur noch hier lang Wir müssen eigentlich wieder komplett den Weg zurück Ja ich weiß Das war ja diese Winterstadt Achso stimmt ja Hatten wir ja extra Also wir gehen jetzt ins Schneebiom Ja Wie weit ist es weg? Es geht eigentlich Es ist gar nicht so weit weg Ja Ok ihr werdet wahrscheinlich grad nichts sehen Wegen dem Shader und dem Regen Deswegen werde ich die Ehrlichkeit ein bisschen höher schrauben Ich hab auch schon wieder eine Humberkeule weg Ich hab aber nichts zu essen Ja ich hab grad meinen letzten Apfel gegessen Aber ich hab Ron Schlesch für dich Ich wollte ja grad vorschlagen dich zu heilen Aber nein Ich Idiot mach Rechtsklick mit der Bandage Wieso geht die dann weg wenn ich Rechtsklick mach? Keine Ahnung Minus 1220 Nächstes Mal wenn ich eine Bandage krieg, sagst du nichts Nicht Rechtsklick mach Ja ich hätte die nehmen sollen Ok Meine Festplatte ist voll Ich nehm noch mit 6 FPS auf Deswegen müssen wir an dieser Stelle abbrechen Also locken wir uns aus Und ähm ja Danke Ciao Fuck Hallo und herzlich willkommen zu einer wacheren Aufnahmsession bei Mindset Heute mit dabei ist der Josia Wieso heute im Augenblick Heute mit dabei doch ja heute Heute mit dabei ist der Josia Der jeden Augenblick hier in den Server rein joinen wird Ich bin doch schon drin du Pisser Ich seh dich aber wieder mal nicht also ruhig dich nicht auf Ey bei uns in der Nähe ist niemand gestorben Oha Ok wir gehen das würde ich sagen einfach weiter Ey warte mal da helfen wieso siehst du mich jetzt schon wieder nicht Egal wir laufen einfach dahin Fuck Stell dich mal direkt vor mich Und dann kommst du gleich Lauf einfach mit mir ja Ok wir müssen jetzt erstmal Ja Minus 2000 Minus 2720 Ja dann lass mal hier so in die Richtung offen Komm einfach hinter mir her Ja Und heute habe ich mal wieder Hier ein Zombie Oha Ah jetzt sehe ich dich Ok Warte da muss ich kurz mal meinen Get Das hast du mir gesagt Ja es ist Jetzt Glocke aber so müssen wir sogar Wir sind schon fast bei 2000 Deswegen glaube ich sagen lafen wir jetzt so lange schräg bis über 2000 sind Und dann auch noch gerade runter. Also, geplant haben wir nämlich, dass der Tim und ein Freund von ihm, der Jan. Aber, warte, das ist jetzt nur eine Planung. Also ich glaube, vielleicht klappt das nicht vielleicht schon. Naja, vielleicht nicht beim ersten Versuch. Wer weiß, wie lange wir jetzt hier überhaupt noch überleben. Macht er auch, also machen die beiden auch eine Truppe, rüsten sich auf, fast genauso gut wie wir. Und dann treffen wir uns irgendwo. Ey, wir laufen falsch. Nein, wir müssen nicht so schräg laufen. Hä? Wir sind doch schon bei 2000. Ja, das heißt, wir müssen zu 720 gehen. Oh fuck, da sind wir in der kompletten falschen Richtung. Nein. Wir sind so, wir müssen... Nein, wir müssen, ich bin komplett... Oh, doch, du hast recht. Ja, ich bin dumm. Hä, wieso mache ich sowas? Okay, ich komme zu dir. Oh, ich habe wieder zwei Keulen Hunger. Ich habe eine Keule Hunger. Ich habe Rotten Flash. Ja, aber Rotten Flash bringt nicht so viel. Ja, das nimmt man dann im Notfall. Aber das Problem ist, ich habe auch schon wieder ein bisschen Durst. Aber eigentlich habe ich immer genug. Bin wieder da gesehen. Wie, bin wieder da? Ja, ich bin ein bisschen weitergelaufen als du. Ja. Minus 760, aber wir gehen da, also wir gehen jetzt gleich in die Winterwelt und gehen nicht ganz bis 760, weil wir haben da dort gesehen, dass es an einer Stelle richtig viele Kisten gibt, obwohl da gar keine Zornbissen gibt. Aber das, also es gibt so einen Raum, in den man nicht rein kann. Und da wollen wir trotzdem hin. Da wollen wir einfach mal gucken, weil irgendwie kann man da anscheinend durch das Eis durchgucken. Ich will den einfach mal sehen, da soll ein unglaublich gutes Loser drin sein. Den haben die dann irgendwie, also die Map gebaut haben. Die Beta-Tester konnten irgendwie, ja, die Beta-Tester haben irgendwie geschafft, da reinzukommen. Aber die Beta-Tester, ja. Also das ist nicht mehr möglich. Also es gibt keinen Weg rein. Aber da wollen wir trotzdem mal so hin, so. Oder wir stellen auf, aber wir finden den Weg. Wir würden jetzt perfekte Loot haben. Na, ich glaube, da gibt es nur viel Essen drin und so. Guck, jetzt sind wir nochmal an Wasser, da füllen wir nochmal alle Wasserflaschen nach. Okay, wir sind am Wasser. Ach stimmt, wir sind jetzt beim, beim, was denn? Ach, übrigens, was ich dir schon sagen wollte, ich arbeite gerade an einer Map für The Stranded Map. Das ist gut. Also ich zeichne eine Map, und die wird dann später als Markkraften-Map exportiert. Diese, ähm, diese Insel, die ich dir gezeigt habe, ich habe eine Insel mit Photoshop gemalt, die habe ich jetzt fast komplett, ähm, schon als Minecraft-Welt. Lass uns doch mal ein kurzes, aber, warte mal, äh, ja, das finde ich gut. Wir gehen jetzt als erstes, schreib mal die Koordinaten auf, minus 791.